Ja, wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen im kompletten Spiel, denke ich. In der Endphase hatten wir gute Möglichkeiten nochmals 2-2 zu machen. Spielen wir die Konter nicht gut aus. Im Spielaufbau haben wir es auch nicht so hinbekommen, auf dem Platz bekommen, wie wir es uns vorgestellt haben und von daher haben wir auch verdient verloren und jetzt müssen wir einfach gegen Bremen eine Reaktion zeigen. Ja, weil wir gestern einfach nicht zu 100 Prozent unsere Leistung abgerufen haben, die wir eigentlich abrufen können und auch sollen und müssen. Wir haben einfach nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben zum einen, aber zum anderen waren auch die Zweikämpfe einfach nicht so angegangen und so angenommen mit der letzten Konsequenz, sage ich mal. Und da waren die Augsburger einen Tick aggressiver und am Ende des Tages verlierst du dann so ein Spiel. Es ist immer positiv, so eine englische Woche, da man gleich das nächste Spiel vor der Brust hat. Und wie ich es eben schon gesagt haben, wir müssen eine deutliche Reaktion zeigen, anders auftreten gegen Bremen. Und dann wollen wir da auch unbedingt die drei Punkte holen. Und das muss unser Ziel sein und da werden wir auch alles geben. Ja, ich meine, das ist ja schön im Fußball, dass man immer wieder die neue Chance hat, etwas gut zu machen oder weiter Gas zu geben. Egal, ob das Spiel jetzt am Mittwoch wird oder am Samstag, wir müssen einfach auch lernen, die Dinge zu analysieren und schnell abzuhaken. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Deswegen kommt uns jetzt, wie du schon sagst, aber das Spiel gegen Bremen, so gut es schon am Mittwoch ist, da ist die Zeit relativ knapp und die Vorbereitungszeit natürlich kurz. Und ja, ich meine, wir brauchen auch jetzt nicht großartig darüber reden, was jetzt war. Am Mittwoch heißt es einfach, da die Antwort geben wieder.